Hast du gerade 2x50 im Taschenrechner gemacht? Nein, 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 nein. Andere Rechnung, Chat. Andere Rechnung. Andere Rechnung. Willi! 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 Boah! Junge! Willi! The beautiful game. Toe und Peximo. Ja, nicht. Was? Was? Oh Gott. Was? Der klassische FIFA Tourist. In zwei Wochen gibt's Spiel wie ein Müll. Guck mal wie lahm eine Verteidigung ist. Ich renne. Was ist denn jetzt passiert? Was seh ich hier? Oh! Ah! Ah! Ich kann nicht mehr. Oh! 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 Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Das kannst du keinem erklären, Chef Hat einen neuen Hut jetzt auf. Bei mir, also bei mir geht es noch. Mir gibt es gar nichts mehr bei mir, es wird ausgestattet, ich schütze sie auf blind. Was war das denn für ein behindertes Tor, alter? Guck dir das mal an, alter. Irgendwas besonderes gibt es doch da bei 16 oder nicht. 1 Meter? Was? 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 Wie bitte? Alles klar. Ich hatte gerade so Schiss, dass ich während dieses Jubels ein Gegentor kassiere wollte ich sagen. Oh mein Gott. 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 Oh mein Ronaldo ist gerade gegen Van Dijk geknallt. Und wurde gerade richtig auseinander genommen. Oh mein Gott, ich habe CS7 gezogen. Ich habe CS7 gezogen. Die ersten Spiele sind immer verflucht, ey. Bruder, was ist das? Guck mal, die Latenz. Ey, ich kann nichts steuern. Ohne Witz. Was passiert hier? Ey, ich drücke Schwierwächs. Hier passiert nichts. Bruder. Oh mein Gott. Ey, ich kann nichts machen. Ich schwöre. Sind die hoch? Ey, ich habe diese... Oh mein Gott. Yay. Was passiert? Ey, ich drücke nichts hier an meinen Schützen und so. Was passiert hier? Bruder, ich drücke jetzt. Ich habe nicht mal den Linkstick nach oben gemacht. Wieso geht der her? Ich habe doch schon Pass gedrückt. Bruder. Guck mal, ich drücke nichts. Er macht jetzt Pass. Sieben Sekunden zu spät. Das Game ist durch. Ich kann das nicht gewinnen. Guck mal. Ich drücke nichts. Die machen Sachen, Achmin. Okay, jetzt geht es gleich. Jetzt ist die Kacke der Umweg. Was war das gerade? Kurz Not-Korea-Server. Na, machst du den Rekordding? Kante, du verdammter Hurensohn. Du verdammter Bastardssohn. Oh, warte mal. Bei mir hat es geklingelt. So Chat, das war es mit der Weekend-League für mich. Drei Tage später. Macht ihr ein paar Szenen? Eh nicht, mein Herr. Nee, das passt doch hier. Passt. Er sagt Roberto Carlos. Aber guck mal, wenn ich mir den Stream hier angucke, zum Beispiel, oder nee, Trimax, dann ist meine Cam super. Oder wenn ich mir Roat angucke. Roat hat FIFA deinstalliert, glaube ich. Und wieder. Und nochmal seinen Controller weggeworfen. Drei Tage später. Eli, wir haben ein paar Probleme. Roat hat FIFA gelöscht und meine Freunde werden nicht angezeigt. Digga, aber da muss ich wirklich auch sagen, das ist lost von dir, ne? Also, was soll ich dir erzählen? Bruder, was soll ich... Wie, was soll ich machen? Du hast das Spiel gelöscht! 15 Minuten vor Turnierstart löchst du ein Spiel und du sagst, was soll ich machen? Roat, lass dir Zeit, Bruder. Wenn du bis dahin nicht FIFA hast, habe ich nur meinen ersten... Digga, es ist so geisteskrank. Das wird lustig. LOL! Im Sil... Junge, das ist ein Silberpack, Alter. Der war einfach in Inform drin. Da gehen wir raus, da gehen wir raus, da gehen wir raus, digga, das gebe ich mir nicht. Verdammt! oh mein gott du hast mein leben auseinander genommen ist mir auch egal also wirklich ist ziemlich gar nicht habe ich jetzt für die einzige wichtig ist dass ich gut spiele ich die schuss statistik anguckt euch nicht an guckt es euch nicht an guckt nicht hin guckt nicht hin nicht hingucken ich hab den so drin gesehen ich sagte ehrlich digga ich kann das hier nicht mehr ich oder mein spiel mein spiel hat sich geschlossen bruder oh scheiße er ist aber ramba zamba hier bei mir Spanien im verteidiger hier und nehme ich mit let's go was der himmel soll warten denn ich hab noch was vor der himmel muss warten hmm so 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 Bis zum nächsten Mal.